Seelische Störungen und körperliche Krankheiten. Was ist von beidem besser angesehen? Stellen wir mal diese Frage. Es geht ja immer wieder um somatische Störungen, also um Dinge, die tatsächlich medizinisch verändert sind, die einen medizinischen Befund haben, und das, was psychisch ist, im weitesten Sinne oder mental ist, ohne medizinischen Befund, typischerweise ja auch gemessen an den medizinischen Befundmöglichkeiten. Ich habe was Angesehenes, und angesehen heißt, das ist eine fundamentale, eine fundierte Krankheit. Diese Krankheit gibt es weltweit, oder die gibt es in dieser Form oder in jener Form. Die kann man epidemiologisch betrachten, die hat eine Statistik, die hat natürlich therapeutische Interventionen, die hat Medikamentengebrauch und was auch immer. Ich habe also diese Krankheit. Die Krankheit ist schon lange definiert. Auf der anderen Seite so ein Spruch wie, der ist Psycho. Das sind ja nur Psychos oder unsere Psychos. Dann wieder diesen Ausspruch, mein Zucker, mein Zucker, als ob man selber der Zucker wäre und sich mit dem Zucker identifiziert als Diabetiker. Oder meine Bandscheiben, genau das Gleiche, also die Identifikation mit den Bandscheiben. Ich meine, die Bandscheiben sprechen für sich wie auch der Zucker in der Art der mentalen Verhaltensweise dieser betreffenden Menschen. Sie haben ja nicht so umsonst auch einen Diabetes, den sie sich zum Beispiel angegessen haben oder eben ihre Psychoprobleme und dadurch entstehen die Bandscheibenvorfälle. Oder verdient sich dumm und dämlich und hat Depressionen. Wie oft hat man den Spruch bei Profifußballern gehört, wo man sagt, mein Gott, der verdient sich wirklich dumm und dämlich und der Profisport ist ein blendend gutes Beispiel für eine Kommerzialisierung und eine Verreichung, wenn man das so ausdrücken möchte. Und dann hat er auch noch Depressionen und promeniert mit Depressionen. Die Leute haben gefälligst keine Depressionen zu haben. Niemand fragt sich, warum sie Depressionen haben und Ähnliches. Wir kennen alle diese Sprüche. Der Körper ist sichtbar, die Seele ist nicht sichtbar. Der Körper ist greifbar, buchstäblich, anfassbar, manipulierbar, durchtrennbar. Kann ich operieren? Die Seele nicht. Die Seele hat man schon ewig gesucht in allen möglichen antiken Kulturen und doch nie gefunden und ewig rumspekuliert bis heute noch, wo man sagt, naja, wenn ein Mensch stirbt, dann sind ca. 30 Gramm in dem Moment, wenn er tot ist und alle Reflexe erloschen sind, nicht mehr vorhanden. Also ist die Seele etwas Substantielles, eine reine Spekulation. Der Vorteil des Körperlichen und des Medizinischen ist messbar. Es ist abzubilden, besonders die Abbildungstechniken sind heutzutage sehr drin. Man kann ins Gehirn reinschauen und sagen, guck mal, wir können im MRT das und das sehen und wir sehen die und die Formation oder mehr, mehr und so weiter. Und da kann man etwas tatsächlich darstellen, messen. Der Körper ist beeinflussbar, die Seele ist undurchsichtig. Den Körper kann ich durch Manipulationen beeinflussen, egal ob Medikamentengabe, Operationen, Massagetechniken und so weiter. Die Seele ist undurchsichtig. Und man kann nie wissen, wie es genau ausgeht bei der Seele, auch bei den bestmanualisiertesten Verfahren nicht. Die natürlich versuchen, auf Nummer sicher zu gehen, aber trotzdem bleibt dein Unkalkül und du weißt nie genau, wie es ausgeht. Das sind ja Vorurteile, denen wir immer wieder tagtäglich begegnen als Psychotherapeuten. Wir können operieren, das ist was. Wir schneiden was raus, da ist der Krebs, da ist der Geschwulst und da können wir was tun. Da haben wir ein Produkt. Wir können auf der anderen Seite reden in der Psychotherapie und viele Menschen fragen sich, wozu reden? Es ist ja alles schon gesagt oder du kannst dich doch artikulieren. Du kannst sagen, ob du willst oder nicht. Ob du Nein sagen möchtest oder ja. Wozu noch weiter reden und zu komplex reden und zu differenziert. Auch hier mal sei darauf hingewiesen, Alltagssprache einerseits und psychotherapeutische Sprache. Durchaus große kulturelle Unterschiede. Konflikte werden nur eingeredet. Auch ein Vorurteil, das gegenüber Psychotherapie immer wieder anzutreffen ist und ausgeweitet. Konflikte werden eingeredet, ausgeweitet, wie oft hören tiefen Psychologen diesen Vorwurf. Da wird ja etwas eingeredet in der Analysen, der Deutung und von da an tickt dieser Mensch anders und wagt sich etwas im Zweifel zu stellen, zu bezweifeln, was er vorher nicht getan hat. Bewusstsein schadet dem Sein. Auch so ein Spruch, der oft da ist. Was macht manchen Menschen Angst vor dem Psychischen? Oder vielen Menschen, vielleicht sind es ja auch viele Menschen. Aber sagen wir mal, Gelinder hier an dieser Stelle, was macht manchen Menschen Angst vor dem Psychischen, dem Mentalen, dem Seelischen? Sind sie einfach nur dumm? Sind sie einfach nur ungebildet? Muss alles greifbar sein? Muss alles kaufbar sein? Ist es die Angst vor dem psychologischen Durchblick und damit der Beeinflussbarkeit, die Angst vor der durchblickenden Macht, das Manipulierende schlechthin? Oder diese Oberhoheit des möglich Manipulativen, der ich dann ausgesetzt bin, weil mein Psychiater, mein Psychotherapeut, Psychoanalytiker, der Psychotherapiebetreibende blickt auf jeden Fall gut durch und mehr als andere Menschen, als mein Partner, als mein Chef, meine Freunde. Auch dieses Vorteil, der wird mir überlegen sein, wenn er Psychotherapie macht und wenn er sich in Psychotherapie betreibt, das habe ich gerade neulich wieder auch gehört von einem Psychotherapeuten, also einem sehr guten Psychotherapeuten, der tatsächlich einer Klientin gesagt hat, Also wenn meine Frau, so wie sie jetzt hier, wenn meine Frau in Psychotherapie gehen würde, dann würde mir das was ausmachen. Da hat jeder Mann davor Angst oder jede Frau, wenn der Psychotherapeut mit in dem Bezug ist. Und Psychotherapie ist ja eine durchaus dichte Beziehung und eine seelisch sehr intime Beziehung und deswegen vielleicht auch diese Vorwände, die man hat oder diese Befürchtungen, die möglich sind. Und derjenige wird mir überlegen sein und besser durchblicken. Ist es die Angst vor dem Bewusstseinsdurchbruch, ich nenne das mal so, Bewusstseinsdurchbruch, den Menschen durchaus haben könnten und was ein Ergebnis einer guten Psychotherapie wäre? Ist es die Veränderung des Gewohnten und damit die Veränderung des Kalkulierbaren, wenn ich einen Menschen in seinen Gewohnheiten durchblicke und ihn so belasse, wie er ist in seinen Verhaltensweisen, dann ist er nicht unberechenbar, sondern ich kann ihn besser berechnen und dadurch ihn besser kalkulieren und dadurch natürlich auch besser handhaben. Was wäre, wenn alle Menschen oder viele Menschen besser durchblickten in ihrem Leben, durchblickten im mentalen Sinne? Wie wäre die Welt, wenn einiges in Zweifel gestellt würde? Das Persönliche ist es ja nicht nur, sondern man kommt in der Psychotherapie sehr schnell vom Persönlichen ins Kulturelle und damit natürlich ins Gesellschaftliche und in den ganzen Überbau und die Möglichkeiten, die eine Gesellschaft ausmacht. Wenn Menschen ihre Lebenskonzepte verändern, wenn aus normalen Bürgern emanzipierte und selbstbewusste und damit selbstverantwortende Menschen werden, was geschieht dann? Ich will jetzt nicht von untertanen Staaten reden an dieser Stelle, aber das hat natürlich damit zu tun auch. Können dann Kultursysteme tatsächlich gewandelt werden und verändert werden? Ist Seele machtvoller? Ist Mind durchsetzungsfähiger als der bloße Körper? Also ist es vielleicht nicht doch umfassender als das, was wir gewohnt sind im Körperlichen zu kennen? Und viele Menschen, die Psychotherapie betreiben, sind durchaus geneigt, diese Auffassung zu haben. Ist körperliche Erkrankung ein vorzeigbares Produkt? Also wirklich ein Produkt im Sinne einer Assimilation, so wie die Ausscheidungen, die wir haben, ein Produkt sind, wie eine Ausscheidung, also das Sichtbare? Und Achtung, das Sichtbare sind ja nur 4% des Universums, Achtung, nur 4% des Universums sind sichtbar, 96% sind unsichtbar und nicht kalkulierbar und auch nicht spekulierbar und all. Also spekulierbar schon, aber eben doch nicht, damit kann ich nicht operieren. Was passiert im psychischen Bewusstseinsakten? Was geschieht da? Vielleicht vom reflexhaften Vegetieren zum Erweitern? Nur ganz einfach ausgedrückt, also vom reflexhaften Vegetieren eines Wesens, das im Nervensystem schon ein Nervensystem hat, aber reflexhaft reagiert, vollkommen unbewusst reagiert, reflexmäßig. Und was passiert, wenn sich das erweitert, dieses reflexmäßige Nervensystem zu einer Erweiterung kommt? Ich will ja nicht von Erleuchtung sprechen oder sowas, aber das sind mögliche Perspektiven, die sich daraus ergeben können. Der Ausweitung des Persönlichen ist Psycho-Gehirnwäsche im weitesten Sinne auch verbreitetes Vorurteil, eine Verfremdung meines Wesens und damit einer Manipulation, wir haben ja diesen Ausdruck schon erwähnt, schlimmer als jede Sekte, schlimmer als jede Kirche und schlimmer als sowieso jede etablierte Kirche. Also die Angst vor der Übernahme durch Beeinflussende. All das. Das sollten mal so ein paar Gedankenanstöße sein zu diesem sehr verbreiteten Thema und dieser verbreiteten Angst, Befürchtung, Vorurteile, seelische Störungen und körperliche Krankheiten. Was ist besser angesehen? Was ist besser handelbar und machbar?